moin moin da sind wir wieder und heute geht's an die boletten heute werden die ps rausgeholt genau der sechszylinder so, dann haben wir uns mal Güllefahrt anhungen und dann werden wir mal Güllefahrt fahren und wenn wir damit fertig sind werden wir Quatsch Mist fahren ist ja Mist fahren alle mal saugen einwandfrei da sieht man schön vor dem Himmel und Schwabbel die Leiter schön animiert da fass ist voll dann schauen wir uns mal an Das ist lustig wirds ja ühloh ist verbar Gülle haben wir ja, denke ich mal, reichlich. Ja, guck mal, eh ne Ecke mal nicht trifft über uns so schön, weil man alles nicht liebt. Ich muss sagen, es ist relativ sparsam, wenn das passiert. Jetzt ist es hier rum. Richtig sparsam. Ich muss jetzt trotzdem hier auslaufen. Richtig sparsam. Richtig sparsam. Richtig sparsam. Ja. Richtig sparsam. 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 da war noch ein bisschen nat wunderbar heimland frei jetzt noch ein bisschen fliegen und da kommen wir uns jetzt so schon ordentlich ö genau ö die die Und dann kommt der Land. Jöp, kommt der Meckle. Die Bautomane ist ein paar. Die Bautomane ist ein paar. Man ist ein paar Jahre wieder. ich bedanke mich beim zuschauen ich sage schon mal tschüssi bis zum nächsten mal